Hallo Elite, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Folgende Sache, der Einkaufswagen ist draußen und ich habe heute einfach in einer Runde mit einem Random-Made übertrieben den Lachflash bekommen. Dann dazu gibt es noch eine Solo-Squad-Runde. Sehr, sehr gute Runde, sehr, sehr krasse Runde gewesen mit einem kleinen Rage am Ende. Viel Spaß mit dem Video. Kuss auf Sorge. Hast du den Film gesehen? Nein. Der Film mit Jackass. Ja. Okay, okay. Okay. Hallo, mein Name ist Jonny Locksman und das ist Jackass. WHAAAAT THE FUCK? Hallo, motherfucker. WHAAAAT THE FUCK? Nein, du bist super. WHAAAAT THE CREATED? Wie hast du? WHAAAAT THE WEBS? Nein. Okay, wHAAAAT THE CREATED. Okay, ultimo. Okay, du bist reing. WHAAAAT THE CREATED? Ha 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 Du willst es sehen? Sehr schön stream, brother Das war eine sehr gute Joke Du kannst auf meinen streamen und donate Ja Kannst du, kannst du Hey man, kannst du auf meinen streamen und verlassen ein Follower? Ich will, dass ich ein Affiliate bin Okay man, ich werde, ich werde abonnieren Twitch Prime, man Holy shit, wie viele Views? 2 Views Oh mein Gott, sehr schön Du kannst es leben, aber Ja Du willst du gewinnen oder du willst du verlieren? Ich will folgen Ich liebe dich Sehr schön, danke Ich werde für dich finden Ich komme zu dir Ich komme zu dir Bitch, ich habe einen Einkaufswagen Einkaufswagen Ich komme zu mir Ich komme zu mir Ich komme zu mir Hey, es ist Lyrik Lyrik Oh mein Gott Oh mein Gott Ich komme zu dir Ich komme zu dir Ich komme zu dir Okay, warte Ich komme zu dir Ich komme zu dir Es ist sehr hoch, man Ich komme zu dir Ich komme zu dir Was machst du? Warte, warte, warte 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 Hast du gesehen The movie Jackass? Ja Okay Hallo, mein Name ist Du bist du Jackass Warte 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 Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So, gar nicht drum rum, lange irgendwie Runde zeigen. Ab geht's. Mit Solo-Squad. Willkommen in der Elite von Mickey's Film. Okay. Gib mir doch ein bisschen Schild, Diggi. Immer dieselbe Scheiße hier. Tag ein, Tag aus. Und er hatte Vollschild und trifft sich noch selber mit der Nate. Puh. 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 Dummkopf, wie er sich da heilt. Puh. 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 Das Zoe Team was dann nervt. Holy fuck ist das Team nervig. Was ein nerviges Drecks Team. Und die Treffen. Und die bauen und bauen und bauen. Ich bleib am Baum hängen. Ich bleib am Baum hängen. Ist das möglich? Ist das möglich, dass du einfach mal die Fresse hältst? Alter wie sie mich jagen. Es ist doch nicht von dieser... Ich bleib am Baum hängen. Sei der aggressivsten Team sich. Ich bleib am Baum hängen. Ich bleib am Baum hängen. Leute. Habt ihr gecheckt, was ich da gemacht hab? Die ganzen Teams sind den anderen Teams entgegen gegangen. Und die haben komplett, die anderen neun Leute komplett wegrasiert. Ich hab die alle ein bisschen angehittet mit der Ska aus der Ferne. Und dann hab ich mir die Zone zum Vorteil gemacht, dass die aggressiv gespielt haben. Hatte Heike und hab die versucht wegzuholen. Es hat einer gefehlt. Ein einziger. Es hat einer gefehlt. Ich hab drei von vier ausgenockt. Innerhalb von zwei Sekunden. Mega ärgerlich. Input der Input der Input der Input der